Kinderschützen, bevor es zum Missbrauch und Gewalt kommt. Oberösterreich soll ein Vorzeigebundesland werden, wenn es um Kinderrechte, Kinderschutz und Prävention geht. Vor einem halben Jahr hat Landesrat Michael Lindner die Agenten seiner Vorgängerin Birgit Gerstorfer übernommen. Er will die Stärkung der Kinderrechte weiter vorantreiben. Ich glaube, es geht einmal darum, dass unsere Kinder einfach sich die Rechte verdient haben, die sie haben, auf gewaltfreie Erziehung, auf Gesundheit, auf Bildung. Und da will ich die Kinder- und Jugendanwaltschaft stärken mit einem eigenen Gesetz und einfach auch das Thema Kinderschutz weiter vorantreiben. Also hat jedes Kind recht auf die gleichen Chancen, auf ein gutes Leben. Das ist schaffen mit unserer Kinder- und Jugendhilfe, wo wir Kindern auch Chancen geben, die aus nicht zu einfachen Verhältnissen kommen, wo wir eine zweite, dritte Chance organisieren. Und wir wollen auch die Bewusstseinsarbeit verstärken, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen den bestmöglichen Schutz verdient haben. Das Wichtigste für den Schutz der Kinder und Jugendlichen ist die Prävention. Und die kann nicht früh genug beginnen. Bei den Null- bis Sechsjährigen, finde ich, muss man ansetzen und hier die Beratungsangebote für Familien, für Eltern auch noch weiter ausbauen. Und das nehmen wir jetzt auch in Angriff. Die frühen Hilfen, die rund um die Geburtsstaten ausbauen, die Eltern- und Mutterberatungsstellen weiter stärken, die Kinderschutzzentren weiter stärken. Das Jugendschutzgesetz in Oberösterreich soll angepasst werden. Mir war aber auch wichtig, dass wir die Ausgehzeiten angleichen. Deswegen habe ich das vorgeschlagen, weil es da ganz viele Ungleichheiten auch in Grenzregionen zu anderen Bundesländern gegeben hat. Und weil ich glaube, dass unsere Jugendlichen nicht verantwortungsloser sind als in anderen Bundesländern. Heißt also, die Ausgehzeiten würden sich um eine Stunde verlängern. Flexibler will man auch hinsichtlich Pflegeelternschaft werden. Die neue Kampagne Pflegeeltern jetzt will auch eine stundenweise Fürsorge für Kinder zum Beispiel am Wochenende möglich machen. Deswegen haben wir in Gmunden und Vöcklerbruck mit einer tollen Kampagne gestartet, die auch gut ankommt, wo auch viel Bereitschaft schon zurückkommt, Pflegeelternschaft zu übernehmen, weil man mit so einer verantwortungsvollen Arbeit einfach auch Kindern ein sicheres, familiäres Umfeld bieten kann. Voller Einsatz für Kinder und Jugendliche im Land. Ja, Kinder und Jugendliche sind erstens einmal unfassbar ehrlich und offen. Sie sind einfach coole Leute, weil sie wirklich mit einer Offenheit und aber oft mit viel Selbstbewusstsein auf einen Zugängern. Und ich genieße diese Gespräche, wenn ich Kinder und Jugendliche in Einrichtungen treffe und die merken, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht, dann sehr viele Dinge erzählen und einfach auch offene Meinung sagen. Und das finde ich so großartig. Vielen Dank.